Hallo da draußen! Ihr kennt das vielleicht, manche Rollenspielsysteme benutzen ja keine Würfel um Proben für die Charaktere abzulegen, sondern Spielkarten aus ganz normalen Kartendecks. Heute möchte ich euch also mal ein paar Tools zeigen, mit denen ihr online und gemeinsam mit eure Mitspielern natürlich solche Kartendecks einsetzen könnt und natürlich erkläre ich euch auch wie die funktionieren. Für alle hier vorgestellten Tools gilt, dass sie erstens völlig kostenlos sind und zweitens ohne vorherige Anmeldung oder Registrierung nutzbar sind. Ihr könnt sie also direkt out of the box benutzen. In der Videobeschreibung findet ihr dann nochmal die passenden Links zu den Tools, außerdem auch nochmal eine Timeline, wenn ihr da noch etwas nachschlagen möchtet, dann könnt ihr direkt zum entsprechenden Teil des Videos springen, wo dieses Tool vorgestellt und erklärt wird. So, dann wollen wir aber keine Zeit vertrödeln und legen gleich mal los. So, hier sind wir jetzt also beim ersten Tool, dem Deck of Cards und das Schöne daran ist, dass das wirklich sehr sehr simpel ist und auch kinderleicht zu bedienen. Ein kleiner Nachteil ist, dass wir hier nur einen sehr geringen Funktionsumfang haben. Ob euch das ausreicht oder nicht, das müsst ihr natürlich selbst entscheiden. So, das erste was wir hier machen ist mal oben links auf Multiplayer zu klicken, dann hier in der Mitte auf Create Multiplayer Game und hier bekommen wir jetzt so einen Link angezeigt. Den können wir jetzt hier rauskopieren und an unsere Mitspieler weitergeben und wenn die dann diesen Link bei sich aufrufen, dann werden die hier auf diesen Kartentisch verbunden und können gemeinsam mit uns spielen. So, dann klicken wir mal hier auf Play, dann müssen wir noch einen Namen angeben, ich bin natürlich der Phalon. Danach klicken wir hier auf Join Game und dann sind wir auch schon mitten im Spiel. Hier oben in der Adresszeile unseres Browsers wird uns nochmal der Link angezeigt auch. Auch hier können wir den rauskopieren und dann unsere Mitspieler weitergeben, damit die sich zu diesem Kartentisch hier verbinden können. So, die ersten vier Spieler, eventuell auch mehr, das weiß ich nicht, das müsstet ihr mal ausprobieren. Aber die ersten vier Spieler, die sich verbinden, die bekommen hier auch so einen eigenen Seed, nennt sich das, an einen eigenen Platz zugewiesen. Das wird nachher nochmal eventuell wichtig, das nur nochmal schon im Vorfeld. Okay, hier haben wir jetzt in der Mitte unser Kartendeck und das ist eben ein kleiner Nachteil, uns steht hier lediglich ein Standard 52 Platt Kartendeck zur Verfügung. Das ist so ein Standard Pokerdeck, da beginnen die Werte bei 2, 3, 4 etc. und hören dann oben bei Bubeldame König Ass auf. Außerdem sind noch zwei Joker mit drin, die könnt ihr ja wenn ihr die im Spiel zieht und nicht braucht, einfach auf die Seite aussortieren. So, wenn wir jetzt hier eine Karte ziehen möchten, ist das kein Problem. Einfach vom Stapel nehmen mit der Maus, einmal draufklicken, gedrückt lassen und auf die Seite ziehen. Da könnt ihr runterziehen, so viel ihr möchtet. Und wenn wir eine Karte umdrehen möchten, dann klicken wir einfach drauf, dann wird die umgedreht. Das kann dann auch jeder sehen, nach alles was hier in der Mitte liegt, das sieht jeder. Und man kann auch eine Karte aufdecken, die hier auf dem Stapel ist, die erste Karte. Können wir also zuerst aufdecken und dann nach Wunsch runterziehen. Wir können die auch wieder verdecken und auch dafür einfach nochmal draufklicken, das ist kein Problem. So, jetzt kommt die Seed-Geschichte ins Spiel. Wenn ihr nämlich Geheimkarten ziehen möchtet, geht das auch. Dann nehmen wir hier die Karte und ziehen die dann aber direkt auf unseren Seed. Könnt natürlich auch mehrere Karten da draufziehen, das ist kein Problem. Und wenn wir die jetzt umdrehen, sehen nur wir das. Die anderen Spieler sehen das nicht. Da können wir also auch Geheimkarten ziehen. Wir können die aber auch jederzeit auch aus unserem Seed hier heraus wieder umdrehen und auch wieder auf die sichtbare Spieloberfläche ziehen, wo sie eben jeder sehen kann. So, das war eigentlich schon die ganze Geschichte. Was natürlich noch wichtig ist, ist hier dieser Button Shuffle. Damit werden die Karten nochmal neu gemischt und zwar alle Karten, egal ob sie auf dem Spieltisch liegen oder irgendwo auf dem Seeds hier verteilt sind, die werden dann alle eingezogen und neu gemischt. So, was wir auch noch machen können, ist ein weiteres Kartendeck hier hinzufügen. Dann wird aber auch nur ein weiteres 52-Blatt-Kartendeck plus zwei Joker nochmal hinzugefügt, hier oben drauf gepackt. Wir haben jetzt hier also insgesamt 104 Karten plus vier Joker. Wenn ihr das macht, dann nochmal mischen, weil das zweite Kartendeck, das ist sortiert, das hier oben drauf gepackt wurde. Deswegen vorher nochmal mischen. So, wenn ihr möchtet, gibt es hier auch noch eine kleine Chat-Funktion. Da könnt ihr nochmal mit den Leuten chatten. Aber ich glaube, das ist für die meisten uninteressant und wir haben hier auch keine weiteren irgendwelche Spezialfunktionen wie Flüstern etc. Das ist einfach nur ein ganz normaler kleiner Chat. Hier sind wir bei Card Tables Online und dieses Tool lässt sich auch sehr einfach bedienen, hat aber einen größeren Funktionsumfang. Wir klicken hier unten auf den großen Button, klick hier to create a virtual card table und dann anschließend hier nochmal in der Mitte auf den Button klick hier to launch. Das machen wir also und sind dann schon mitten im Spiel. Wir haben hier schon einen fertigen Spieltisch mit vier Plätzen, die Anzahl können wir noch ändern und in der Mitte schon ein Kartendeck. Was wir aber als erstes machen, ist hier oben rechts mal auf den Button invite France klicken. Da kriegen wir erst wieder den Link, den können wir hier rauskopieren, an unsere Mitspieler weitergeben und wenn die den aufrufen, dann werden die hier zu diesem Spieltisch verbunden. So, wir wollen als allererstes mal die Anzahl der Sitzplätze hier anpassen für unsere Mitspieler. Wir gehen hier oben links auf Card Table und dann hier auf die App Settings und dann können wir hier unter Seeds die Anzahl einstellen. Das geht von zwei Mitspielern bis hin zu 16. Wir bleiben mal in einem kleineren Bereich, sagen mal fünf Stück, sagen hier OK zu bestätigen und dann klicken wir hier einfach raus und dann sehen wir, das hat sich auch hier geändert. Wir können uns auch gleich mal auf einen Platz setzen, um teilzunehmen. Sucht euch einfach eine schöne Farbe aus. Ich nehme mal gleich hier den hier unten. So, dann kriegen wir so ein Bild zugewiesen und einen Namen. Das können wir beides leider nicht ändern. Dafür muss man sich vorher ein Konto erstellen, also sich registrieren. Das wollen wir aber heute mal nicht machen. So, wir können noch ein bisschen mehr anpassen. Wir sehen, wir haben hier schon ein Kartendeck vorbereitet. Wir können auch mehrere Kartendecks gleichzeitig hinzufügen. Also wir gehen wieder hier auf Card Table, App Settings und hier unten finden wir die. Und das Schöne ist, wir haben hier nicht nur ein Kartendeck mit 52 Blatt, sondern auch eins mit 24 und eins mit 32 Blatt. Dieses Kartendeck mit 32 Blatt, das ist das typische französische Kartendeck, das ihr auch von zu Hause aus kennt, mit dem ihr immer Maul spielt, etc. Da gehen die Werte von 7, 8, 9, 10 bis zu Bubedame König Ass. So, das nehmen wir einfach mal, fügen das hinzu, sagen hier Add Deck, sagen wieder OK, klicken raus. Dann haben wir hier das zweite Kartendeck, die vermischen sich jetzt etwas. Das können wir aber ändern. Wir können so ein Kartendeck nämlich komplett bewegen, wenn wir auf eins draufklicken, die Maustaste gedrückt lassen. Dann ändert sich das hier so ein bisschen von der Anzeige her mit so einem Schatten und dann können wir das hier komplett über den Tisch bewegen. Kein Problem. Wir können natürlich auch alle Kartendecks wieder löschen. Dann gehen wir wieder auf Card Table, App Settings. Wichtig ist zu wissen, man kann wirklich nur alle auf einmal löschen. Dann gehen wir hier auf Remove All Decks. So, OK. Dann sehen wir, es sind alle verschwunden. So, wir fügen wieder eins hinzu. Sagen wir mal wieder das 32-Blatt-Kartendeck und wir können jetzt auch noch mal die Größe der Karten anpassen. Das steht hier aktuell auf Medium, also Mittel. Es gibt noch Small, Klein, Large, Groß und Huge, Riesig. Wir machen es mal auf Klein, klicken wieder raus und wir sehen, oh, ich habe das Kartendeck gar nicht hinzugefügt. Das mache ich schnell noch. Das 32-Blatt-Kartendeck, so. Wir sehen, jetzt werden die Karten hier kleiner angezeigt und auch hier diese Anzeiger für die Sitzplätze, die werden auch kleiner angezeigt. So, wir ändern es nochmal zurück. Auf Medium sagen wir mal wieder. So, damit wir das etwas besser sehen können. Ich nehme mal das Kartendeck und lege es in die Mitte. So, und hier können wir natürlich auch wieder jetzt die Karten ziehen. Wir nehmen einfach die linke Maustaste und ziehen dann die Karte an die gewünschte Stelle und was hier auf dem Spieltisch passiert, ist auch für alle sichtbar. Wir können die Karten natürlich auch wieder umdrehen, mit einem Doppelklick diesmal hier rauf und dann werden die Karten umgedreht. Auch die oberste Karte des Kartenstapels können wir natürlich umdrehen und anschließend runterziehen. Natürlich können wir auch hier wieder die Karten verdecken, ebenfalls wieder einfach ein Doppelklick drauf und fertig ist. So, und auch hier können wir Karten wieder versteckt ziehen. Dann nehmen wir einfach die Karte, legen die aber nicht hier auf dem Spieltisch ab, sondern auf unserem Seed. Und dann wird die Karte hier angezeigt. Wir können auch mal mit der Maust drüber gehen, um die größer zu sehen. Das sehen aber nur wir, welche Karte das ist. Die anderen Mitspieler können das nicht sehen. Natürlich geht das auch mit mehreren Karten. Die werden dann hier so aufgereiht. Kein Problem. Und ich kann auch die Karten verdeckt an meine Mitspieler ausgeben, indem ich hier einfach die Karte auf ihrem Seed hier hinziehe. So, dann können wir natürlich auch wieder unsere Karten auf dem Spieltisch zurücklegen. Die werden dann automatisch verdeckt. Da müssen sie noch umgedreht werden. Ich kann aber auch meine Karten wieder an andere Teilnehmer hier auf den anderen Sitzplätzen weitergeben. Das passiert dann auch verdeckt, damit die anderen das nicht sehen können. Dann ziehe ich die einfach hier drauf und dann kriegen die Mitspieler auch diese Karten. Schlussendlich können wir die Karten natürlich auch wieder mischen. Dann gehen wir hier auf Card Table wieder drauf, auf die App Settings und sagen dann hier, wo ist es da unten? Reshuffle Deck. Dann werden wieder alle Karten eingezogen, egal wo sie gerade waren und das Kartendeck komplett neu gemischt. Noch eine kleine Sache, wenn ich hier eine Karte habe, egal ob die erst aufgedeckt ist oder nicht. Ich kann die auch drehen, wenn ich das möchte. Dann gehe ich hier unten auf den Eckpunkt, klicke da mit der Maus, lass die gedrückt und dann kann ich die hier so rotieren lassen. Das ist auch kein Problem. So, wir können noch ein paar Anpassungen machen, die jetzt nicht so wichtig sind für unsere Zwecke wahrscheinlich. Ich zeige sie trotzdem mal ganz kurz. Wir haben hier einerseits noch die Möglichkeit Webcam zuzuschalten oder auch Sprachchat mit einem Mikrofon. Wir können hier auch nochmal Musik hochladen oder verlinken mehr und Videos sogar hochladen und anzeigen etc. Könnt ihr gerne alles mal ausprobieren, wenn ihr das möchtet. Mich hat das jetzt nicht interessiert, weil es ja fürs Rollenspiel nicht so wichtig ist. Da nutzen wir wahrscheinlich andere Tools. So, wir haben hier auch noch einen Chat. Da kann ich mal was reinschreiben. Kann hier ein bisschen chatten. Sehen wir hier sehr schön. Kann hier auch nochmal eigene Bilder hochladen für den Chat oder kann hier Smileys benutzen etc. Das geht alles. Hier oben kann ich den Tab wechseln. Dann sehe ich dann während unserem Spiel alles teilnimmt und so weiter und so fort. Und ich kann hier auch nochmal auf diesen Button hier gehen und mal die Room Settings anmachen. Da kann ich jetzt nochmal den Raum Namen ändern. Kann so ein eigenes Bild für unseren Raum festlegen und hochladen. Kann noch eine Raumbeschreibung eingeben und hier bei Security kann ich auch noch ein paar Einstellungen machen. Zum Beispiel das Spiel auf Public stellen. Das möchte ich aber nicht, denn da könnte jeder hier reinkommen. Das wollen wir nicht. Ein paar Berechtigungen vergeben etc. Das ist meistens nur wichtig, wenn ihr euch ein Konto erstellt. Also hier kann man ein Konto erstellen und der Vorteil ist dann, wie gesagt, man kann hier sein eigenes Bild festlegen, seinen eigenen Namen und ich glaube, man kann sogar auch die Räume hier speichern, um sie später weiter zu benutzen, so wie sie eingestellt sind. Für uns wahrscheinlich meistens uninteressant, aber vielleicht ganz gut, das mal zu wissen. So, wir gehen nochmal ganz kurz hier ins Menü rein, in die App Settings. Da finden wir jetzt noch zwei Möglichkeiten. Da haben wir noch Reset Game. Da können wir das Spiel wieder zurückstellen, wieder auf den Ausgangszustand quasi. Und dann haben wir auch noch die Möglichkeit hier zu sagen, make all room members take a seat. Das bedeutet, jeder der hier am Spiel teilnimmt, kriegt automatisch einen Platz zugewiesen. Wird also quasi dazu gezwungen, da mitzuspielen, könnte man sagen. So, wenn ihr noch Fragen dazu habt, die Hauptelemente der Bedienung, die finden wir hier nochmal unter Instructions. Da könnt ihr nochmal nachschauen. Steht halt auf Englisch. Insgesamt hier ein sehr praktisches Tool, finde ich. Sieht ganz gut aus, lässt sich gut benutzen und könnte eine gute Wahl für euch sein. Hier sind wir jetzt bei Tabletopia. Das ist, glaube ich, eine Plattform, um ganz allgemein Brettspiele und Kartenspiele zu spielen. Und mit dem Cards Playground hier können wir eben auch Spielkarten einsetzen für unser Rollenspiel. Wir gehen hier mal direkt auf Play Online. So, und da kann man dann auch ein Konto erstellen. Dadurch kann man dann auch wieder Spiele und Tische speichern, glaube ich. Das brauchen wir heute alles nicht. Deswegen suchen wir uns hier einfach einen Avatar aus. Nehmen wir mal hier direkt diesen hier. Geben noch unseren Namen ein. Und sagen dann hier Play as Guest, also Spiele als Gast. Ganz einfach. So, jetzt wird hier ein neuer Raum erstellt. Der dürfte auch gleich da sein. Da ist er schon. Und hier können wir jetzt erstmal einstellen, mit welchem Kartendeck und wie vielen Spielern wir spielen möchten. Wir gehen hier mal drauf und dann sehen wir das schon. Für 1-4 Spieler stehen uns hier verschiedene Kartendecks zur Verfügung. Und zwar mit 24 Karten, 32, 36 oder 40 Karten. So, hier unten gibt es noch ein paar mehr. Wenn wir mit bis zu 8 Spielern spielen möchten, können wir ein paar andere Kartendecks auswählen. Da können wir auch nochmal auswählen, ob Joker dabei sein sollen, ob vielleicht Chips dabei sein sollen, wenn ihr die vielleicht braucht, um irgendetwas anzuzeigen etc. Könnt ihr mal ein bisschen durchgucken. Wir nehmen mal hier für 1-8 Spieler das normale 52-Platt-Kartendeck. So, dann können wir jetzt hier für unsere Mitspieler noch Sitze freigeben. Wir wollen ja mit mehreren Leuten natürlich spielen. Und fügen einfach mal hier drei weitere Sitze hinzu, die benutzt werden können. Und hier finden wir dann auf diesem Button ganz wichtig den Link. Da sagen wir hier Copy All. Dann wird das in die Zwischenablage kopiert. Und dann könnt ihr hier diesen Link dann an eure Mitspieler weitergeben, damit die sich eben auch zu dem Spieltisch hier verbinden können. So, hier unten haben wir noch ein paar Optionen. Diese hier glaube ich gehen auch wieder nur, wenn ihr ein Konto angelegt habt. Hier unter More Options könnt ihr nochmal ein paar Sachen einstellen, dass ihr eben die Möglichkeit habt, Spieler einzuladen, dass ihr das Spiel kontrollieren könnt und auch die Sitze, also die Plätze kontrollieren könnt, die zum Beispiel da Spieler kicken könnt etc. oder die Reihenfolge ändern. Ist standardmäßig aber normalerweise in Ordnung, so wie das eingestellt ist. So, dann gehen wir auf Start und dann wird der Spieltisch auch schon geladen. Das dauert dann ein kleines Weilchen. Da wird jetzt erst noch geschaut, welcher der beste Spielserver in eurer Nähe ist. Da werden noch Datei geladen etc. Solche paar Dinge. Das dauert einfach einen kleinen Moment. So, jetzt sind wir hier schon auf dem Spieltisch. Da kommt jetzt gleich so ein kleines Tutorial. Wenn ich mach's jetzt erst mal gleich zu. Und auch hier finden wir oben in der Adresszahle unseres Browsers nochmal die Adresse. Auch hier können wir die rauskopieren und nochmal an unsere Spieler weitergeben, damit die sich eben hier zu dem Spieltisch verbinden können. Hier sind wir in der Sicht eines potenziellen Mitspielers und da geben wir den Link, den wir dann bekommen haben, einfach in unsere Adresszahle oben ein und rufen dann die Seite auf. So, dann sind wir hier jetzt auf der Seite drauf und da können wir jetzt auch wieder ein Avatar aussuchen. Nehmen mal diese hier und sagen, wir sind die Sabine. Sagen auch wieder Play as Guest. Und dann können wir uns hier jetzt wieder einen Sitz aussuchen, suchen uns eine Farbe aus. Wir nehmen mal hier rot für die Sabine. Sagen Take Seed. Dann haben wir den hier schon ausgewählt. Gehen dann hier auf Continue, also weitermachen. Auch hier wird dann wieder der ganze Spieltisch geladen natürlich. Und dann sind wir nach kurzer Zeit auch wieder direkt im Spiel. Auch hier kriegen wir wieder das Tutorial angeboten. Das wollen wir natürlich aber auch nicht haben. So, und dann sehen wir hier oben, wer noch alles dabei ist. Hier im Moment natürlich der Phanon und zudem wechseln wir es auch mal wieder. Hier sind wir also wieder beim Phalon. Da oben sehen wir, die Sabine ist jetzt dabei und wir sehen auch gleich, wie viele Karten die auf der Hand hat. Nämlich 0 natürlich. Und unser eigenes Portrait finden wir immer unten links. Und wenn wir da mal einen Rechtsklick drauf machen, können wir hier auch noch mal den Sitz, den wir ausgewählt haben, verlassen. Das sehen wir dann hier. Und hier könnten wir uns aber jetzt direkt auch wieder hinsetzen. Wir nehmen auch wieder blau und gehen hier drauf auf dieses blaue Plus. Und dann haben wir uns da wieder hingesetzt. Jeder Spieler hat hier eine eigene Spielfigur und so einen Marker mit dabei. Den können wir auch im Spiel nutzen, wenn wir bestimmte Sachen anzeigen möchten. Dann machen wir dann auch einen Rechtsklick drauf und können hier bei Plus Minus dann auch mal einstellen, ob da was drauf kommen soll. Sagen wir zum Beispiel mal Plus 5. Dann sind wir hier natürlich bei 5. Können auch noch mal mehr machen oder hier noch mal was abziehen. Minus 2 sind wir bei 3. Und mit einem Klick hier auf Reset. Das ist dieser hier. Da können wir das wieder auf Null setzen. Ganz praktisch, wenn ihr noch mal so einen Marker im Spiel braucht. Gut, schauen wir uns, bevor wir zum Kartendeck kommen, aber noch mal genau an, wie wir den Spieltisch hier ein bisschen in der Ansicht beeinflussen können. Hier unten sehen wir übrigens auch die Hand von der Sabine. Da können wir natürlich auch sehen, was die anderen Mitspieler machen. Und wir können den Spieltisch einmal bewegen. Wenn wir die linke Maustaste gedrückt halten, können wir uns hier hin und her bewegen. Wenn wir die rechte Maustaste gedrückt halten, dann können wir da noch mal den rotieren und so einen Neigungswinkel ändern. Und mit dem Mausrädchen, da können wir rein oder raus zoomen. Ganz interessant dabei, wenn wir so eine bestimmte Ansicht bevorzugen, zum Beispiel mal diese hier. Bisschen rausgezoomt vielleicht noch. Dann können wir auf der Tastatur die Taste Shift gedrückt halten und dann mal die Zahl 2 drücken. Dann wird diese Kameraansicht gespeichert. Wenn wir jetzt auf der Tastatur mal die Taste 1 drücken, dann kommen wir in die Standardansicht. Und die Taste 2, da kommen wir dann in die gespeicherte Ansicht. Ihr könnt da mehrere Ansichten speichern, bis zu neun Stück, immer mit der Taste Shift und dann die entsprechende Zahl auf der Tastatur dazu. So, ich habe die Sabine mal wieder aus dem Spiel entfernt. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir kommen jetzt zum eigentlichen Kartendeck. So, hier kann ich dann auch wieder ganz normal die Karten ziehen mit der linken Maustaste neben hinlegen zum Beispiel. Und wenn ich sie umdrehen möchte, dann mit der Maus drüber gehen und auf der Tastatur die Taste F drücken, dann werden die umgedreht. Und natürlich kann ich sie jederzeit auch wieder zurück umdrehen. Das geht natürlich auch. Ich kann damit noch ein bisschen was mehr machen, wenn wir die nochmal ein bisschen verschieben. Wenn ich mit der Maus über der Karte bin, kann ich auf der Tastatur zum Beispiel Q und E drücken und dann kann ich die hier nochmal, man sieht es besser, wenn ich hier die Aufdecke nochmal in 90 Grad Schritten drehen. Ich kann die auch direkt drehen, wenn ich auf der Tastatur die Taste STRG gedrückt halte und dann kann ich die hier so einmal rotieren, wie ich das möchte. Ganz schön ist, dass wir hier auch eigene Karten, Decks oder Kartenstapel bilden können. Wir können nämlich hier, wenn wir mal eine Karte ziehen, die hier so drüber ziehen und wenn das dann unten orange wird, dann lege ich die Karte direkt auf diesem Stapel oben drauf ab. Das geht also. Wir können dadurch neue Stapel bilden. Das ist eben ganz schön. So, was wir auch machen können ist, wenn wir einen Stapel bilden, wir können die Karte nicht oben drauf ablegen, sondern wir können auch die unten reinschieben, also so, dass diese Karte nicht oben aufliegt, sondern unter die anderen Karten verschoben wird. Bevor wir da die Maustaste also dann loslassen, drücken wir auf der Tastatur nochmal die Taste SHIFT, halten die gedrückt, dann sehen wir, da erscheint dann noch so ein Symbol, dann lassen wir die Maustaste los und dann wird die Karte eben ganz nach unten verschoben in diesem Stapel. Das ist ganz praktisch. So, wir können hier auch wieder versteckt Karten ziehen. Wir nehmen so eine Karte, ziehen die und ziehen die nach unten und dann sehen wir, da unten, da erscheint dann so ein blauer Schatten, eben immer in der Farbe, in dem auch unsere Spielfigur hier hat. Also wir sind ja blau, deswegen ist dieser Schatten hier auch blau. Wir lassen die Karte los und dann kann die hier keiner sehen. Das ist unsere eigene Hand. Wir können dann natürlich mehrere Karten hinzufügen, das ist kein Problem. Mache ich mal so ein paar Stück. Und auch hier auf der Hand können wir die dann nochmal sortieren. Wenn ich die hier zum Beispiel mal mitten rein schiebe, kann ich die Karte noch sortieren, wie ich die eben haben möchte, zum Beispiel alle zweier eben dann zusammen. Und ich kann die auch hier natürlich umdrehen. Zum Beispiel, wenn ich sie wieder auf den Tisch zurückschieben möchte oder auf einem Stapel, kann ich die wieder herausziehen. Die hier natürlich ganz genauso. Ich kann mir Karten auch nochmal groß anzeigen lassen, wenn ich hier auf dem Kartenstapel bin oder auf der Karte, drücke ich auf der Tastatur die Taste SPACE und dann wird die mir nochmal ganz groß angezeigt. So, soviel zu der eigentlichen Bedienung. Es gibt hier noch ein paar Extras. Also wir können zum Beispiel mal hier einfach auf das Interface einen Rechtsklick machen. Dann öffnet sich noch so Interface Optionen, mit denen wir verschiedene Dinge machen können. Könnt ihr gerne mal anschauen. Da kann man dann die Kamera nochmal einstellen. Hier das Interface verstecken tatsächlich. Und ganz allgemein, wenn ihr mal ein bisschen schauen wollt, könnt ihr mal hier unten auf das Fragezeichen gehen. Da werden euch alle Steuerungselemente eigentlich nochmal angezeigt oder die meisten zumindest. Also da könnt ihr nochmal nachschauen, wenn ihr wissen möchtet, wie da irgendetwas funktioniert. Was wir hier leider nicht machen können, ist die Karten nochmal mischen. Stattdessen können wir aber hier oben aufs Symbol gehen und können sagen hier Restart. Dann wird das Spiel normalerweise resettet, also neu gestartet und dadurch die Karten natürlich auch gemischt. Aber Achtung, hat bei mir auch mal nicht funktioniert. Dann kam da so ein Fehler, da war der Kartentisch einfach leer. Es gab keine Karten mehr und ich musste das Spiel wirklich komplett neu starten, indem ich einen neuen Raum eröffnet habe. Also daran vielleicht mal denken. So, insgesamt nicht schwer zu bedienen. Ist ein bisschen fancy für mich, muss ich sagen, mit den ganzen Futures hier. Ich habs da lieber so ein bisschen straightforward. Da hat mir Card Tables Online besser gefallen. Das fand ich übersichtlicher und auch intuitiver zu bedienen als diese Geschichte hier. Aber wer weiß, vielleicht ist ja dieser Kartentisch hier genau der richtige für euch. Es gibt noch einen weiteren Kartentisch, nämlich Playing Cards IO. Da seht ihr hier schon mal eine kleine Vorschau. Und der ist wirklich toll, weil wir da unsere eigene Spieloberfläche zusammen basteln können, weil wir da auch Dinge automatisieren können und der noch einige Extras mitbringt. Das Ganze ist allerdings ein bisschen umfangreicher, deswegen zeige ich euch diesen Kartentisch dann in einem separaten Video. Jetzt wünsche ich euch erstmal wieder viel Spaß beim Ausprobieren und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!